Ich kann immer noch nichts verbessern. Ich habe ein bisschen was verbessert. Offstream. Ich brauche Münzen, das ist das Problem. Moment, Bro. Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, gib mir zwei Sekunden. Münzen besitze ich. Äh, was hilft gegen den General? Jetzt bin ich mir ehrlich, das einzige was ich wirklich verwende sind die beiden. Und das Feuerwerk. Den benutze ich nicht wirklich. Den benutze ich nicht wirklich. Machen wir den. Okay. Parieren. Parieren ist nicht Kreis. Parieren ist L1. Keiner will das. Oh, ich hätte gleich noch Geistessembleme kaufen können. Naja, können wir gleich noch machen. Hallo. Ach, warum? Warum? Warum will ich immer den Knopf drücken? Wenn ich eigentlich ins Menü will. Warum? 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 sprung konnte funktion alter schwede jetzt erwartet aber viel von mir ja 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 Okay. Ich halte die anderen erst alle aus. Das dachte ich mir, dass das eine gute Idee ist, ja. Okay. 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 Stop. Okay. 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 Fucking genius! Es sind nur noch die beiden? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, echt. Okay. Let's go, bitch! Gut. we did it we did it we did it did it we did it the card was broken Traurig. Aber ehrlich, was ein Trampel, ey. Ich hab vier Gebetsperlen. Uuuuh! Ist hier noch irgendwas, was ich holen soll oder so? Wenn hier grad schon nix los ist. Dann gehen wir wieder. Dann gehen wir wieder. Vierte Gebetskette. Seine Kette voller Gebetsperlen, wie einer Figur der Bildhauer gepfert wurde, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Ein Rosenkranz aus Gebetsperlen stärkt die Stärken. Nur der ein Meister der Ashina-Stils darf das Dojo der Burg betreten. Isshin kommt manchmal her, um seine Schüler auf Trab zu halten. Wer wollte das Windrädchen? Oder wer wollte beide Windrädchen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, die weiße Blume wollte der, ähm, der mit dem Babygesicht. Ganz am Anfang. Aber wer will die bunte Blume? Das weiß ich noch nicht. Okay. Ich darf keinen Kaffee trinken. Ich darf einfach keinen Kaffee trinken. Das ist nicht kranvoll. Nein. Ich darf keine Kaffee trinken. Das ist die Blume blume blühen. Ich habe mich jetzt. Jeder. Sie sind Kinder der Wurzeln der Wurzeln. Nein. 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 Ich darf dich töten. Ich darf dich töten. Ich versuch die Masse aufzunehmen, er stellt die weiße Rädchen. Oh, sorry, zu spät gelesen. Ich meine, wenn das das ist, was Babygesicht möchte, dann... Nein... Armes Babygesicht. Fächerprothese. Ich habe einen Schirm. Keinen Fächer. Nebelrabe, was hältst du davon? Nein... Entschuldigung. Anscheinend habe ich nicht das, was du brauchst. Entschuldigung. 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 Ich habe es nur noch nicht gefunden. Oh Gott. Bannisch. Sorry, Bubu. Wir sehen uns. Bannisch. Bannisch. Ich will das so sehr, das ist unglaublich. Wo war Robert? Tempelgelände? Ja, ich glaube schon. Wenn ich das Spiel nicht von alleine speichern würde, würde ich es einfach kurz ausprobieren und dann weitermachen. Aber da die Gefahr groß ist, dass wenn ich es einfach nur ausprobiere, ich genauso trotzdem im Arsch bin, lasse ich das mal bleiben. Dann noch heulst und fängst von vorne an. Wenn ich sie nicht geläutet habe oder wenn ich sie geläutet habe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenn du sie läutest, okay, gut. Verdammt, schau. Kann ich heiraten in dem Spiel? Wie viele NPCs kann ich töten? Bevor ihr anfangt zu weinen. Das sind alles Fragen, die gefragt werden müssen. Wow. Warum machen wir ein Lagerfeuer? Ja. Ja. Ich muss mich da schwächeln. Ah. Ah. Ist das nicht die Definition von heiraten? Dark Souls hat mir beigebracht, das ist die Definition von heiraten. Ich war eingeklemmt, ich konnte nicht runterspringen, das ist nicht fair! Wenn ich meine Frage, was ich? Ich war mir nicht, warum ich nicht was, was ich bin. Ich bin nicht so sicher, weil ich nicht so sicher war. Ich bin nicht so sicher. Ich bin nicht so sicher, dass du dich nicht so sicher bist. Was ist das? Hey, Zane. Willkommen zum Stream. Du hast mich erschrocken. Wie geht's dir? Der nächste Boss ist was für dich. Warum? Es geht. Minimalistisch noch angeschwollen. Minimal. Aber ansonsten es geht. Wie geht's dir? 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 Hallo! Hallo! Ciao! Verstehe, verstehe. Na, wie gut, dass ich die besitze. Aha. Was genau macht ihr da drinnen? Was genau macht ihr? Was genau macht ihr? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. No, 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 no. Disgusting, holy shit. Und der kann bestimmt auch nicht sterben. Das ist ja egal. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Bye. Man sieht sich in einem anderen neben. Disgusting. So was von ekelhaft. Nope. 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 Bleh. Das war so eklig. What? Also die von den Käferbesessenen sind bisher die schlimmsten. Ganz ehrlich. So eklig. Das war so eklig. Das war so eklig. Das war so eklig. Das war so eklig. Fellows, wenn du drauf hast. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. What? 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 Warum hat es mich zurückgeschleudert? Dope! Oh, Mann. Kann ich zwei Sekunden ausatmen? Bitte. Habe ich nicht eine Fähigkeit, dass ich Woosa machen kann? Ja, wo bin ich hin? Weird. Okay. Tief durchatmen. Zwei Sekunden lang. Alles wird gut. Essen wie ein Donut. Es ist eine Lampe. Hi. Kommt genüsslich um die Ecke gewatschelt. Wundervoll. Oh, nein. Wer bist du? Warum hast du zwei Schwerter? Oh nein, ihr seid zwei. Ach so, ihr seid zwei. Sagt das doch, dass ihr zwei seid. Sagt das doch, dass ihr zwei seid. Okay. Wundervoll. Justine. imm Ihr seid die Toten, die nicht sterben, ne? Ja, das ist schon der Wunsch. Ahhhh, wir können kurz durchatmen, Jugga Jugga. Wow. Ist das eine Glocke? Klapp an! Oh, wir beten. Für was haben wir gebetet? Woa, Bloodborne teleportieren. Sure. Monkeys? 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 One of the panels is empty. Glocke der Halle der Illusion. Eine fünfstrahlige Glocke aus veralteter Bronze. Mehrfach anwendbar. Wenn sie erklingt, kehren Affen und Wölfe in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Einem Wandschirm gefangener Affe kann durch den Klang der Glocke nicht entkommen. Anwendbar าheil 3 2 4 5 7 7 7 Also soll ich den Affen töten, ja? Ein Ani-Boss? Warum? Weil's ein Äffchen ist? Quatsch! Sich was erklären lassen ist was für ein Loser! Wir rocken das ohne Erklärung, das glaubste aber. Wir müssen nur den richtigen Affen wiederfinden. Wir müssen den Affen töten. Was ist das? 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 Oh nein! Oh nein! Das war's für heute. Das war's für heute. Wie hab ich ihn zweimal so eifert erwischt? Das war auch ne Glücksdreiber, ne? Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Er sieht mich auf jeden Fall. Er sieht mich fünf Kilometer gegen den Wind. Er sieht mich auf jeden Fall. Was ist mit der Glocke? 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 Ich konnte ihn damit stunnen. Okay, das heißt, er war der... Ich werde nur noch der Letzte. Was ist mit der Glocke? 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 Das war's für heute. 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 Gar nicht wahr. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.